Werden wir heute übernachten? Wie cool ist das denn? Sehr schön, oh! Und da werden wir heute schlau. Es toppt alles und jeden Film, den man jemals gesehen hat, so. Ob es in diesem Film auch ein Happy End gibt? Das ist auf jeden Fall ein magischer Moment, wenn dann wirklich der... Ein neuer Morgen und das Frühstück warten bereits auf Vincent und den Prinz.